Damit hallo und herzlich willkommen bei Parttime Insane, hier ist wieder euer Dark Gizmo, willkommen zurück zu Spider-Man Sie haben mein Mitgefühl, Madame. Wenn man sich vorstellt, welche abartigen Leute sich überhaupt erst zu verkleiden, ist es nicht mehr weit bis zu erbärmlichen Spannern. Da ist es egal, ob man im Erdgeschoss oder im 30. Stock wohnt. Ziehen Sie die Vorhänge zu. Verriegeln Sie die Fenster. Ein perverser Netzspinner ist unter uns! Ich bin alles schon. Spanner. Da unten ist was. Ein bisschen weit weg. Aber egal. Das machen wir kurz mal. Kleine Nebenmission. Oh mein Gott! Wie bewegt ihr das? Wird ich weg. Kann mich so herbehalten? Wird ich weg? Gut. Mach mal Hauptmission weiter. 207. Entführung gemeldet. Nächster Officer zum Tatort. Officer in Koreatown benötigt. Ach Gott, hier fiel los. Wie war ein böse Menschen. Ich stelle den Hörer auf gelämpfte Stimmen ein. Die neue Hä directed zu den Geräten. Dort ist sie zuvor. Wie war das? Ich bin fertig. 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 Mein Anzug enthält einen Algorithmus, der die Spur der Entführer berechnen kann. Ich habe Fisks Festnahme im Fernsehen gesehen. Muss eins von diesen Autos sein. Du musst es einfach sagen, du bist mein Held. Jetzt werde ich rot. Bevor die Kerle zurückkommen. Hoppala. Wo gehe ich eigentlich hin? Tut mir leid, ja, ich bin verdruckt. Gern geschehen. Wo? Oh, wow, wow, wow. 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 Ich kann mich nicht wiederholen! Ich habe ihn nicht mehr verloren, oder? Ich habe ihn nicht mehr verloren! Ich wollte noch fragen, warum es Kidnappen heißt. Das Opfer ist ja gar kein Kind. Aha, der war aber Wahnsinn, der schmeckt. Der war nicht lustig. Ja, das ist mein Name. Hier war es. Da war es falsch, ja. Oh, tolles Foto. Traumhaft. Hier ist irgendwas Blaues. Blau ist Nebenmission, oder? Ja. Ja. Heyo. Spiderman, ich brauche deine Hilfe. Mein Mitbewohner wird seit der Halloween Party vermisst. Okay, wie heißt er? Letzter Aufenthaltsort? Er heißt Carlos. Ich habe ihn per Gesichtserkennung in den sozialen Netzwerken gesucht. Hier, ich schick dir was ich gefunden hab. Schlau. Wie heißt du? Philip Chang. Okay, Phil. Ich werde Carlos finden. Wenn du von anderen Vermissten hörst, sag Bescheid. Okay, ich muss den Ort auf dem Foto finden. Hier ist die Freiheitsstatue, also muss es viel südlicher sein. Weit weg von der Universität. Wahrscheinlich das Finanzviertel. Oh. Wo ist das? Philip, ich mache mich auf den Weg zum Aufnahmeort. Von wann ist das? das funktioniert schreibe ich dir eine empfehlung das ist definitiv weit weg von der esu ich muss nach süden die statu im bild ist muss es irgendwo am ende enthältend sein und hat haupt mission machen wir hier neben mir ein Klingo die Freiheitskarte. Da drüben ist die Freiheitskarte. Sieht aus wie die Gegend da hinten. Die Studenten benehmen sich wie die auf der Halloween-Party. Lee muss sie verdorben haben. Das Feuer breitet sich aus. Ich muss das beenden. Das war der Letzte. Was ist passiert? Alles war gut und dann nur noch Wut. Ich konnte nicht klar denken. Es ist jetzt vorbei. Aber lieber mal eine Weile kein Internet. Gut, da kann ich auch mal gleich, wenn ich schon mal hier bin, den Fender aktivieren. Schlechte Abdeckung hier. Ich muss mehr Türen aktivieren. Mach ja schon. Schlechte Abdeckung hier. Sehr schön. New York, New York. Ähm, ja. Verzeigen wir. Was habe ich denn? Das berüchtigte Knödelrezept. Der hätte stehen müssen. Punkt 10. Versuchen Sie MJs Wohnung nicht abzufackeln. Fleischknödel. So, ich habe einen neuen Anzug bekommen. Das war jetzt ein Insider mit dem Fleischknödel. Tut mir leid, Leute. Äh, kann ich nicht. Kann ich alle nicht. Ich muss Sachen sammeln. Kann ich heute nicht. Aber ich kann, glaube ich, starken, starken, vor allem, ich kann starken, steigen. Und ich habe Fähigkeiten. Nur einen Punkt. Ein bisschen sammeln. Und die Moviliste, die ich eh nie benutze. Oh, Leute. Wie soll ich fotografieren? Gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Aua. Geh weg, da du Blade. Geh weg, da du Blade. Geh weg. Geh weg. Geh weg. Hilfe! Hilfe! Komisch, hm? Ich kriege keine Luft! Ich komme nicht raus! Einen Panzerwagen ausrauben ist eine Sache, aber hier geht es um Menschen. Ich muss die Dämonen aufhalten. Irre! Irre scheiß Dämonen! Die Stadt geht langsam in die Knie! Gut, dann machen wir Hauptmission. Na komm! Strumpfhose? Ich habe gerade Strumpfhose gesagt. Da ich schon mal da bin. Kann ich mitnehmen? Das Rezept für Pfannkuchen! Die haben bei mir nie geklappt. Erst Knäder und jetzt Pfannkuchen? Wer ist denn da neu? Wo ist denn da neu? Wo ist denn da neu? So, weil ich hier neu habe. Was habe ich denn neu? Aufgelandet auch? Jewewe! Was habe ich jetzt drin hier? Erhöht die B durch besiegene Gegner. Erhöht die Reichweite der Erste. Jetzt bin ich weg. Und das hier. Ich finde die cool. 10.30 Hauptüberfall. Verdächtige bewaffnet. Der Ort ist Hassentown. FN-Shotten. 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 so danke da ist ja noch einer hier kommen wir das ist noch einer ich dachte nach fisk werden die verbrechen weniger wohl zu optimistisch ja habe ich euch wehgetan jungs gespannt ob ich da hinkomme was war das was muss ich damals nein ich sollte mir hier auch noch den sender von mj ansehen und das gibt morgen leute ich gelassen mit dem gliff hängerlein ich hoffe ihr schaltet morgen wieder ein um 9 uhr wenn es euch gefallen hat lasst ein like da bis morgen bye bye euer taggismo ja 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 ja